In der Akustik unterscheidet man lineare und nicht-lineare Verzerrung. Hier werden die nicht-linearen Verzerrungen beschrieben. Zu den linearen Verzerrungen siehe Frequenzgang und Entzerrung. Grundlagen Im weitesten Sinne ist das Abklingen einer Schwingung auch eine lineare Verzerrung. Im Unterschied dazu fügt nicht-lineare Verzerrung zu den Signalfrequenzen hinzu, die im Eingang nicht vorhanden sind, weil der Verstärker wie ein Mischer arbeitet. Diese zusätzlichen Frequenzen erscheinen als Obertöne oder Summen- und Differenzfrequenzen im Spektrum. Dabei ist in der Zeitfunktion eine Veränderung der Kurvenform der Amplitude erkennbar. Die Obertöne sind dabei überwiegend ganz zahlige Vielfache der Grundfrequenz. Obertöne entstehen beispielsweise bei der Erzeugung, Aufnahme oder Wiedergabe durch Nicht-Linearitäten der verwendeten Teile. Das Ergebnis erscheint spektral so, als wenn einem Ton zusätzliche Frequenzen, die nicht dem Grundton entsprechen, zugefügt wurden. Für die Klangwahrnehmung sind dabei die Harmonischen der Obertonreihe verantwortlich. Das heißt, die ganz zahligen Vielfachen der Grundfrequenz wird das Pegelverhältnis dieser Frequenzen zueinander verändert, ändert sich der Klang. Man spricht von harmonischer nicht-linearer Verzerrung. Das Verhältnis von Pegel des Grundtons zu Pegel der Oberton-Summe nennt man dabei Klirrfaktor. Entstehen weitere Frequenzen, die keine Vielfachen der Grundfrequenz sind, spricht man von nicht-harmonischen nicht-linearen Verzerrungen, die im Hörereindruck meistens schärfer und unmusikalischer beschrieben werden. In der Tontechnik und Instrumentalmusik kann die unnatürliche Wiedergabe von Klängen je nach Anwendungsgebiet erwünscht oder unerwünscht sein. Unerwünschte Verzerrung Verzerrung kann ungewollt durch die ungünstige Form und Eigenschwingung eines akustischen Resonators oder Schaltrichters zustande kommen oder durch Nicht-Linearitäten bei der elektronischen Abnahme, Verstärkung und Wiedergabe eines Klangs gewollte Verzerrung. Schon bei der instrumentalen Schallerzeugung können Verzerrungen im musikalischen Sinne gewollt sein. Bei Streichinstrumenten können solche Effekte durch inkorrekten Anstrich der Seiten hervorgerufen werden. So dass der Klang zwischen Normalklang und Flageolette liegt. Bei Blasinstrumenten kennt man die Technik des Scrolling. Der Effekt äußert sich in Überlagerungen des gesungenen und des gespielten Tones. Die Interferenzen lassen den Klang des Instrumentes schmutzig erscheinen. Die Stärke des Effekts lässt sich je nach Singlautstärke und Intervallabstand zum gespielten Ton modulieren. Ein Musiker, der für die Perfektionierung dieser Technik bekannt ist, ist der Jazz-Posaunist Albert Mangelsdorf. Die gewollt unnatürliche Wiedergabe eines Tones in der Musik mittels musikalischer Effektgeräte oder Verstärker, wie beispielsweise die künstlerische Verzerrung des Gitarren-Signals im Gitarrenverstärker, kann unter anderem durch einen Verzerr oder eine Übersteuerung des Verstärkers bewerkstelligt werden. Bei elektronischer Verzerrung werden auch spektrale Anteile erzeugt, die im Ursprungssignal nicht vorhanden waren. Dieses gilt insbesondere dann, wenn Akkorde über einen Verzerr dargeboten werden.